Baby Annabelle Meine beste Freundin und ich sagen uns immer Gute Nacht. Wir machen unsere Puppen fertig fürs Bett. Schau wie süß! Und jetzt ab in deine Sweet Dreams Wiege. Da schläfst du am besten. Und sie bewegt sich ganz alleine hin und her. Die neue Baby Annabelle Sweet Dreams Wiege und tolles Zubehör von Zapfkreation.